Guten Morgen meine lieben Freunde, euer Fitness Pro am Start. Es ist 5.15 Uhr, ich bin bereits wach, Alterssenilität, nein zu alt bin ich noch nicht, aber es ist Zeit aufzustehen und sich ready zu machen für die große Wanderung heute. Ich bin wirklich gespannt ob ich das schaffe, es ist wirklich eine, ich glaube ich habe ausgerechnet in dieser acht Stunden reine Wanderzeit, sieben Stunden bis acht Stunden reine Wanderzeit, das ist schon heavy, daher Kaffee am Start, das letzte Mal einen guten Kaffee, ich weiß nicht was mich erwartet in dieser SAC Hütte, Hundsteinhütte, mal gucken, gleich geht's los, jawohl, wir sehen uns, tschau tschau.